ja willkommen mein name ist an die röpe und ich begrüße euch zurück zuletzt lehrer chronicles sieht gut aus bis jetzt wir sind in kapitel 15 wir sind jetzt hier im level wo wir in der lander festung sind der war ja setzt uns ordentlich zu mal die volle immer waffen hat aber wir kommen irgendwie durch ja meine basis ist ja auch hier alles tot haben eine basis sobald alles tot aber egal wie man so als erstes kevin die basis ein geil sich neu auf zu aktivieren so muss ich dich erst mal töten manchmal aufzug priorität jeder flammenwerfer bringt er was gegen mich dinge es bringt so gut wie gar nichts deswegen super wo bin ich bin genau wenn ich unten bin volle möhre in ihr schuss fällt ja toll tu mich ja noch weiter nach vorne hier raus lassen da ist wir müssen dich noch fertig machen wenn ich bitten darf so um 58 schlüsse vorhin mochte ja noch weniger so und dann runter da dann stellen wir eine runde also der verdient sagen dann holen wir uns noch irgendein scout dahin mal sagen heike ja und ja unsere anderen einheiten die bringt es jetzt voll ganz auf panzer sind irgendwie außer gefahr ich habe eine idee das ist immer weg oder geht es wirklich braucht es nicht so als würden die irgendwie glaube ich in der tag überleben von savaria wenn sie versuchen bin heraus zu man montieren neuen scout nancy und lago du versuchst mal an die schad zu retten und den typen zu töten das alles auf einmal ja während sie war ehrlich beschließt übrigens und sie stimmt einfach dadurch diese variere schüsse interessieren überhaupt nicht ich finde es so toll wie sie alle regeln ja dieses spiels hier vollkommen auf dem kopf steht da er war für alicia wieder eine commander punkt weg das habe ich gesagt man die punkt weg so ist keine munition was so rosie du bist irgendwie da was weiß nicht wir holen uns weil sie nicht auch gerade richtig beschissen positioniert na na dann versuche ich irgendwie abzuschießen aber nein so halte ich mal vielleicht kommen wir ja irgendwie durch die tore da bald okay rosie danke dann wollte ich uns noch einen sturmtruppleien die lange nicht mehr benutzt ich hatte ich schon lange nicht mehr eddie da wird jetzt irgendwie schon allemal hier so benutzt er weiß es irgendwie unbrauchbar ich habe auch das nachher wie gambling noch das netten super oben die kommen hier nach oben hin ich werde mal die phase hier das erstmal einige leute hier reinkommen er hat mir mein fängigen welche auftauchen und da auch irgendwie nicht aber bringt ja irgendwie voll war ich okay weil ich noch niemanden schaden zugefügt habe von den ganzen leuten da ja je mehr mann punkte weg sind desto mehr braucht sie jetzt desto mehr gehen für sie jetzt würden das gut dass die anderen einheiten sind nicht gefährlich solange meine einheiten immer weit genug entfernt sind kann ich auch schön auf sie drauf ballern kann sie aber kein überlatschen gegen töten ja die scharfschützen sind auch noch da oben ne geben wir jetzt schon auf nerven erwartet konnte immer zurück in die basis ja denn sondern in zwei links müsste auch jemand kommen seine jawoll mal jetzt guck mal nur punkte an uhr ich bin auch ein blöd mann an hier bin ich nicht nein ich bin super klug so du kommst zurück und nun mal auf der linken seite noch alicia genau und dann kann man das nicht haben von strategischer scheiße ja ich brauche mal nur punkte und kevin guck mal was da los ist du bist du ein feiner ach so ok na was willst du lass mich erstmal zu dir hoch kommen dann können wir was töten reden wow kevin geld nicht alles aus ist ein echtes monster und da ist ein panzer und ich habe nix dagegen außer ihr allies aber die ist am a der welt ich habe nicht aber da oben links rum laufen können ohne aktions abknallt hey ich bin noch nicht mal im ecke gekommen ne ja das jetzt davon sage ich dich mit scheiß ab so jetzt müssen wir irgendwas gegen den panzer machen keine ahnung was aber irgendwas wir könnten auch das ding versuchen einzunehmen können wir das schaffen das gefühl nein nein das schafft mich vielleicht wo bist du ein idiot ja 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 vielleicht kann getroffen werden keine ahnung ich kann nicht noch jemanden zurück in der scheiße kann halten dann kann das da ein bisschen dauern verdammt nur ein bisschen sie gleich machen wir jetzt auch hier das ist eine treppe okay ich gehe wieder hier lang er ist da wie kills im usa da weil es da herr wie gettling ja super scheiße so lange da da ist auch ein panzer leckt mich so schließt uns nicht ab okay ist cool ist cool musst du irgendwie mein kopf erzielen für die waffe verdammt das kriegen wir nicht verdammt will gerne dieses geld legen da kaputt hauen so kriegen wir nicht kaputt so warum nicht ja genau ist klar da wollte schon sagen können wir mit unseren panzern auch jetzt da hoch na klar warum denn nicht ha sind wir hier ach deswegen ist da dann geh du mal dahin so ein bisschen dauern bist du darfst aber ich werde auch vor dem tor irgendwie halt machen aber was sagen wir da da muss ich die edelweiß auch noch bewegen kann dann haben wir doch was was irgendwie den panzer da kaputt hauen könnte aber bist du denn so auch fast nicht bei einer kaputt aber nicht da rein schießen nicht nachher schließen nicht in das blaue zeug rein schießen man ich meine frau ist auf mich drehen danke wahrscheinlich noch ein punkt für die weise hier vorbei an sind sie alle in sicherheit also gut wie es geht los noch mal jeder weiß so irgendwie im panzer kaputt kriegen ich hoffe natürlich schließt es sich als oft ab wir treffen ja nicht erst mal einfach mal ein du siehst uns nicht ob es satt gebracht hat aber wie viele leute da hinten sind ich habe die aufzüge nicht gedacht habe hier sind wir doch extra hoch haben die auszuschalten mein gott wie viele leuten sind da naja jetzt verbar hat sie wieder drei züge ich kann das unigomane sein ich sehe ein scheiß aber trotzdem glaube ich ich kann nichts trefft aber ich glaube trotzdem weiter ich bin über kürre schaffel 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 es war noch ein punkt und ich sniper natürlich dann brosie ist ja noch ein blickfeld glaube ich oder und die bewegen kein panzer gut problem okay leist kann ich irgendwie nicht mehr brauchen wo sie irgendwie auch hier sind so gerade sogar so blöd passiert aber ich kann nicht deutsch sprechen gerade so blöd platziert überall einfach nur die base einnehmen dann kommt eigentlich alles von allein so alicia und auberg so dann jede weiß so march out so halb ein na wie tank destroyer aber jetzt schafft mit irgendjemanden das ding einzunehmen mit ein kaffee leicht jetzt habe ich eine überraschung john gehen wir mal nach oben einfach noch blutbad zu beobachten ich weiß ja auch marx gut oh ja 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 jeweils kommt es sowieso nicht vorbei meister wird panzer zerstörer ich möchte es nicht herausfinden da ist noch diese clowns hier erlegen meine soviel panzer ich möchte ungern schon wieder säcker verlieren kann ich irgendjemanden von da aus treffen unlogisch ist auch mein gott die haben mich alle anvisiert könnte mal ruhig hier rauskommen bis da mein gott soviel lancer soviel trooper eddie na ok keine ahnung hat hat mich heilen sollen nancy du kannst sie auch heilen oder ich könnte einige leute erlegen und dann dann keine meine basis sind panzer einnehmen klappen hmm super elite krieg ich den muss nur mehr leute töten als sei mal als verstärken kommen was so bleibt du mal hier das nennt sie wieder verreckt die beschützt sie oder nicht rein ich war jemandem in der kaputt verdammt irgendwie so mit sehr karriere so rum gehen dann muss ich so rum gehen und das passt glaube ich gar nicht oder habe ich meine flammen werfe hier reingehen und sind weg sagen wir beim entzug weil mehr habe ich jetzt nicht was ich tun kann ja wie viele leute kommen ja so können die so viele jahre gut man sie bewegt wieder ein ziel jahr mal ja super ich glaube ich brauche einige dingens einige ingenieure ich wusste irgendwann passiert das mal entweder bei mir oder bei denen los noch mal noch mal das war schön kommt schon noch mal da war so schön unser war ja kein bock mehr oder verlappt vielleicht rufen wir dich mal zurück und keine ahnung holen herbert oder der ist ja der ist bei draußen oh gott man sagt keiner von euch verreckt nein wer kommt da alles ja die aufsäcker los meinetwegen jawohl noch ein einzug schaffen war noch denn 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 so erst mal john und mein gott das irgendwie so abgedeckt ein bisschen egal so datei ist jetzt eigentlich schon ist nutzlos ein anderer panzer wir uns von austreffen aber keine tolle öffnen glaube ich ob das jetzt so klug war so mls komm du mal zurück irgendwie tue ich hier alle zurückziehen ich glaube ich mach mal ein paar skirmische und einige level für einige charaktere so jetzt brauche ich ein dingens einen ingenieur das ist jemand muss die edelweiß maintain sind so bei johm das hat voll gebracht ok ja 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 gehen wir weiter nach vorne ich muss die beiden da erledigen sonst gehen wir auf den herrn ist ja auch noch da verdammt annehmen ich muss mich auf den arm nehmen warum hat mich auf den arm nehmen wieso sich da zu wenig ab es ist kevin böse stört euch jetzt alle schaut euch mein gesicht an das war nur ein vorgeschmack meiner macht töten jetzt bin ich im such raus das hat mich befriedigt ok der war gut ich gehe noch hier hin also damit der verteidigungsbonus bunt willkommen und ja das ist die edelweiß ein bisschen sicher so ein liebster kommt und das ist auch mal irgendwann muss der tor öffnen ich glaube ich dachte du bist da ganz hinten schafft aber mal gucken egal aber so irgendwas machen ich mache was macht überhaupt mal küre der aus und bau auf der wahlküren der wahlküren kräfte wenn ihre hp unten sind und was macht das ok der panzer er macht mich nervös und du auch mach ich ja eigentlich aber lago ich habe nur ein nickerchen gemacht ok hm da ist nicht getroffen oder wie sagt mich hätte nicht getroffen was ich kann den panzer anvisieren also für eine kranke lanze eine von da aus nur trips deshalb kann der type er ist auch so krank auch noch munition fahrer haben er hat uns nicht gesehen geil aber ich habe die pistole abgeschossen super war war das war da eben ab ja dinge verdammte weiß nicht nancy versuchte mal jemanden zu töten wieder oder dem panzer genau radiator versuch mal einen radiator kaputt zu machen versuch mal den typen halten zu kriegen ah 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 so lange sich das ding irgendwie nicht bewegt sind wir ja sicher ich sage ob du martin um zu schießen ah jetzt siehst du uns ne ist klar aber ja super okay solange nicht ein flammenwerfer oder sowas müsste eigentlich alles gut gehen stehst du wahrscheinlich wieder rosy ab ne kranken bastarde also ist auch irgendwie nur vom kommandopunkt da keiner zeichen so dann also nicht stecken wir uns hier wenn wir das ding aufmachen er hat schon was bringen und weiß nicht ja was guck mal macht die gegner machen hoffentlich geht er gut unten ist keiner mehr alle sind oben außer rosy die warte hat auch vor den toren irgendwie hat kommen gesehen ich weiß nicht wieso ich nehme doch einen snipern weg eben auch wenn wir hoffen nicht wo wenn ich die basis da oben eingenommen habe mit der edelweißer schön so eine granate reinwerfen und dann wäre super geil loskommt er schon 30 minuten paar oh mein gott wer kommt da noch immer da kommt er ist leicht tot bei kevin da ist kevin kennt keinen pardon den ganzen scharf schützen die schönen dörmen da raus sie war ja irgendwie gar keinen bock mehr auf irgendwas was die lernzeit kommt auch also sturmgruppe mal welche nächsten part wieder so lange mache dann müssten wir hat im nächsten part schaffen ingenieur das läuft es noch ja ich würde sagen ich bin dem partie ist schon lange genug 30 minuten und wir sehen uns dann in der nächsten frage von let's play valkyra qualität ich bedanke mich allererstig für zuschauen und sage tschüss